Hi Leute! Ja, jetzt können wir uns was wünschen. Okay, ja, ähm, wir zeigen heute ein Rainbow Loom Armband, wie nennt man sowas? Okay, fangen wir mal an. Man braucht ein Brett, dann braucht man einen Haken und dann noch Farben, also farbige Bänder. Ja. So, beachtet bitte, dass der rote Pfeil nach oben zieht. Okay. Ich bin mal. Ähm, so, dann nehmt ihr, nehmen wir mal als erstes weiß, ich mach das ein bisschen anders als das andere. Drei Stück. Tut es nach links, ist eine, dann nach rechts und ist eine gerade. Und jetzt nehmt ihr, wie ihr wollt, nehmt einfach die Farbe, die ihr bevorzugt. Dann nehm ich gelb, wieder gelb und wieder gelb. Ich mach's ein letztes Mal. Die können aber auch andere Farben nehmen. Ja, das ist uns eigentlich egal. Das ist euer Armband. Und das macht ihr jetzt bis da, da. So muss es jetzt aussehen, bis da. Rechts so. Links. Äh, von mir gesehen, links ist da. Nee, ich hab das Tablet gedreht. Ach so, ja. Und ja, da ist rechts. Und da gerade, bis da. Dann nehmt ihr nochmal die gleichen zwei Farben. Tut es da, die Ibe. Und da. Das heißt, so ist es. Ja. Und dann nehmt ihr noch ein, du filmst. Äh, wo? Da. Ähm, eins. Jetzt müsst ihr dann, wartet, ich zeig's euch nochmal. Da, ne. Ja, ich weiß. Macht es so und es so. Dann tut es bei dem da drüben. Ihr wollt einfach ein Achter. Also, jetzt fang mal an. Zu Luhm. Also, wir wollen Luhm erstmal die Erde, äh, gerade Seite. Müsst ihr da runter. Das ist unterste, oder? Ja, ist ganz unterste. Deswegen was hab ich ja gerade. Warte, du musst aber, du hast das Spann vergessen. Oh, 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 sorry. Sorry, sorry, jetzt mal. Ihr müsst noch nicht spannen. Also, Luhm. Danke, wie. In, ähm. Noch eine, man kann's, man kann's, aber ihr müsst wieder umdrehen, wo der Pfeil war. Der Pfeil kommt weg. Ja, weg von euch. Und dann macht ihr jetzt so Dreiecke bis zum Schluss. So, jetzt dreht ihr um. Jetzt. Der Pfeil zeigt jetzt zu euch. Jetzt Luhm. So, jetzt müsst ihr das runterdrücken, das untere. Muss ich jetzt mal. Das untere ist dann eben. Also, das soll ich immer so und dann nehmen, weil so geht es für mich leichter. Dann nehmt ihr das blaue da unten. Das weiß, von dem weißen, wo ich habe, ihr nehmt, lasst euch nicht stören. Ja. Ja. Tut ihr das weiß wieder weg. Ja, gestoppt. Ja, und das macht ihr jetzt bis zum Schluss. Als nächstes müsst ihr da, nicht so, sondern so wieder runter und drückt die anderen runter, die anderen schmissen. Und dann nehmt wieder das umfest. Also, von der linken Seite, also, von mir gesehen, hier. Ich habe, wie gesagt, ich habe es auf Herbler umgedreht. Und das macht ihr jetzt bis nach vorne. Und das machen wir jetzt bis zum Schluss. Ja, und jetzt muss man sich jetzt da überbringen. So. Jetzt macht ihr, von mir aus gesehen rechts, aber von euch aus gesehen ist es dann links. Oh. Und ich habe schon wieder umgedreht, das ist der Blatt. Sorry, Leute. Moment, mein Fehler. Echt, mein Fehler. Hä? Wartet. Oh. Das ist uns, Lasse. Und dann macht ihr es bis vor. Ich habe ein Fehler. Nein, habe ich doch. Scheiße. Nein. Nein. Sorry, Leute. Und dann macht ihr bis vor. Ich habe einen Fehler. Ist egal. Und das macht ihr jetzt bis vor. Ich habe doch keinen Fehler. Oh. Ja. Und ich habe fast seinen Kopf gefilmt. Fast. Okay. Mal bloß sein Reis gesehen. Okay. Und es macht erst bis vor. Ich habe doch keinen Fehler. Was macht sie immer? Ja. Und jetzt muss es so aussehen. Ja. Und jetzt muss man bloß nur so übel. Und dann haben wir es gleich. Dann nimmst du. Es sieht jetzt so aus. Ja. Dann nimmst du die beliebige Farbe, die du als erstes genommen hast. Oder du kannst ja auch anders nehmen. Bom, bom. Nimmst halt weiß. Ich habe jetzt weiß. Du nimmst vielleicht. Keine Ahnung. Pink oder so. Oder turkise. Weiß ich auch nicht. Ich tue das da reinziehen. Habe ich jetzt. Doch. Habe ich. Muss ich nochmal machen. Ihr dürft aber keins auslassen. Und dann zieht es rein. Ja. Manchmal ist immer noch anknubbeln. Mama. Doch. Das hat vorhin schluckt. Nein. Doch. Noch nicht. Oh. Sorry Leute. Ja. Sucht sie. So. Sorry. Es sieht jetzt so aus. So. Habt es jetzt so. Nimmst das Riechen der Handel. Nimmst das erst. Und siehst du das Loch. Siehst du fest. Aber nicht so fest. Das ist reit. So. So. Warte. Jetzt ist hier so eine Schlaufe. Warte. Das ist so eine Schlaufe. Dann nimmst du ein Clip. Also ich nehme es mal. Sieh Clip. Sieh Clip. Aber man muss den eigentlich nicht festmachen. Ja. Ich weiß. Eigentlich bloß Sieh Clips. Verschwendung. Scherz. Ist eigentlich egal. Ja. Und. Dann zieh es ab. Von uns nach oben würden wir entweder. Würden wir. Und ja. Jetzt zieh es ab. Was denn? Immer ganz. Ganz vorsichtig. Ja. Von unten nach oben. Wenn ihr zu schnell machen würdet. Dann würde es erstens vielleicht reißen. Und ihr dürft auf keinen Fall. Wenn es reißen sollte. Dann müsst ihr das irgendwie versuchen. wieder richtig hinzubekommen. So. Jetzt. Wenn ihr. Wenn ihr die Verlängerung holen sollt. Dann nehmt ihr mehrere. Schwarze. Oder die beliebigen Farbe. Dann nehmt ihr vier Stück werden jetzt mal angemessen. Also einer gesagt drei. Weil mit denen sind vier. Aber ich nehm mal vier. Also einer gesagt fünf. Ja. Das da da. Nehmt ihr das Ding. Und zieht es da drüber. Also eine einfache Masche. Nehmt ihr die Masche. Und zieht es wieder da drüber. Oh. Jetzt muss ich mal. Ich mach's mit den Fingern. Geh ne. Das leichte ist. Sorry. Sorry. Auf jeden Fall zieht es dann runter. Passiert auch nichts. So. Dann haben wir das. Ja. Und da. Ziehen. Warte. Du bist so. Sorry. Na. Ziehen das halt dann so. Mach das halt dann so. Ich will es nun weiter hochgehen. Und. Voila. Ich will es weiter runtergehen. Das ist aber das ist fertig. Ihr könnt es einfach machen. Ja. Wie ihr wollt. Und ciao. Ciao.